Die Innenstadt war am letzten Wochenende gut besucht, denn das Cityfest und der Straßentheatertag lockten zahlreiche Besucher an. Die Geschäfte luden zum verkaufsoffenen Sonntag und die Meile der Schausteller füllte die Marktstraße. Für besonderes Aufsehen sorgten Künstler aus vielen Ländern, darunter Laura Kiebel mit Teatro de Piedi, die Groove Onkels aus Osnabrück oder auch der Paddler und Ike the Bike aus den Niederlanden. Untertitelung des ZDF, 2020